Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einem niegelnagelneuen Let's Play in, ja, bekannter größerer Runde. Wir sind wieder unterwegs in der Viererkonstellation bei Strange Brigade, so, jetzt hab ich's hoffentlich richtig. Und mit dabei sind heute wieder, neben dem Alex und meiner Wenigkeit, dem Daniel, der Olli, aka Spielsatz Fail. Hallo Olli. Hallo. Und die Kim ist auch wieder mit am Start, aka Manari. Hallo Kim. Ja, moin, was geht? So, ja, wenn man bei mir in die Aufnahme reinzieht, sieht man auch die Charaktere, gut, da sind auch die Namen drunter, somit muss ich, denke ich, nicht weiter erklären, wer hier wer ist. Joa, ich hab keine Ahnung, was wir hier machen, außer Sachen über den Haufen schießen und ich hätt' gesagt, wir legen einfach mal los, oder? Ja, wir schießen Totes noch Toter. Wir wollen ballern. Ballern. Ich bin auch fertig, so, bei mir läuft es schon. Jetzt schon fertig. Das finde ich schnell. Die Strange Brigade, auf der Weg zu Deville-Nows-Welt, auf der Start von yet another thrilling Yarn of Death-Defying-Deading-Doole. Ägypten wieder, eh? Keine Rest für die Wicke. Evil never rests, so nor können wir. Just as long as it goes better than a mess of Patagonia. Patagonia, eh? Okay, how intriguing. I wonder what... Push, Alia. Here's your leadership. Thank you, Gracie. Yes. Egypt again, Professor De Quincey. And this is why. Egypt. Land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Brownrich, some of you probably owe your lives to the valuable undercover work she does for the department. Veronica, an invaluable contributor to the brigade's efforts. Her last assignment was to join the dig expedition of Sir Edgar Harbin, a wealthy amateur Egyptologist, searching for the legendary tomb of Sir Tekki. Sir Tekki. A black-hearted fiend. Yes. The infamous witch queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownrich's task was to ensure it remains so, but her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since, and must now fear the worst. Oh dear, oh dear. Prepare yourselves, brigade. Secure the dig site, and find the tomb. If Harbin has indeed opened it, and freed the thing imprisoned inside, then who knows what horrors you will soon be facing. A plucky brigade agent missing, and some damn fool possibly setting free an ancient evil. Time to call on the services of... The Strange Brigade. Also diese Art Rumor finde ich ja schon mal sehr interessant. Es ist ein sehr charmantes Spiel. Das will ich doch hoffen. Sonst bist du sofort wieder raus. Na klar. Schneller, als wir gucken können. Ja. Ja, ein Abenteuer beginnt, aber erst mal mit ganz langen Ladezeiten. Bei mir ist komischerweise der Balken voll, aber jetzt werden noch Daten synchronisiert. Ah ja. Jetzt. Das fängt so ein bisschen an wie eine Runde fort. Jetzt hat er sich ja geoutet. Ich hab das noch nie gespielt, ja, aber... Oh weh, oh weh. Das heißt, ich hab jetzt hier echt... Das ist Third Person, hast du gemeint, Olli, ne? Äh, ist es doch. Ja, ja, ja. Die Frage ist, kann ich das irgendwie in der Ego umschalten? Ne, ne? Nicht, dass ich wüsste. Uh, okay, das wird spannend. Also... Was ist denn das für ein Kreis da in der Mitte unten? Das ist das Amulett. Aha. Das muss sich auffüllen und dann hast du diese spezielle Superkraft. Oh mein Gott. Ich muss kurz bei mir die Maus anpassen. Oh mein Gott, ist die schon... Uah. Entschuldigung. Wir jaksen schon alles in die Luft. So. Ähm. Wo wollten ihr hin? Ich dachte, wir gehen in die andere Richtung. Da ist doch die Brücke schon weg. Ah ja, wir gehen über die Brücke. Wie kann man denn rollen? Aber Alex stellt noch die Maus ein. Ja, mit der Rollentaste, die ich woanders hab. Also frag mich nicht. Okay, das war nicht die Rollentaste. Ähm, was war denn die Rollentaste? Das war die Granate, oder? Ja. Ähm. Ähm. Ah ja, also F. Ah, hier war der Nahkampfangriff. F ist Nahkampf. Okay, das ist zu langsam. Moment. Und kein Fandry Fire, würde ich sagen. So, ich guck einfach mal ganz kurz, ob ich vielleicht die Steuerung finde. Die Tasten. Belegen, konfigurieren. Gehen, ausweichendes Leertaste. Nachladen, nachkampf. Ah, ja, okay. Okay, also Leertaste ist Rollen, nehme ich mal an. Jo, da hätte man auch so drauf kommen können. Bin einsatzbereit. Welche Gegner darf ich vernichten? Warte, 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 warte. So, eine Sache fällt mir noch ein. Und für den Zuschauer, der sich wundert, ich hab's schon mal gespielt. Das heißt nicht, dass ich's gut kann. Das heißt nur, dass ich's vielleicht nicht mehr so katastrophal spiele. Ähm, es gibt so Katzenfigürchen zu sammeln. So ägyptische, wenn ich mich recht entsinne. Die hocken hier immer irgendwo auf irgendwelchen Felsen und dann schießt man die da runter. Das sind die Collectibles sozusagen. Okay. Musst du nur auf Katzen schießen, Daniel. Nein, mach ich nicht. Das macht ihr. Ich mach das nicht. Ich bin auch raus. Hab ich die unendlich gerade an? Weiß nicht. Ich schmeiß auch mal eine. Alles, was rot glitzert, soll man anschießen können. So aus, ne? Ein Abenteuer beginnt. Ein Abenteuer beginnt. Hat man nur bei Grenzmonitionen? Ich glaube, die Charaktere werden nach der Zeit schneller, ja? Also wenn ihr eine Weile in eine Richtung drückt, dann fangt die an zu joggen. Ich hab da gerade versehentlich was angeklickert. Super. Hab ich es denn angeklickert, dann wäre die Brücke noch da. Oh, ah ja. In der Tat. In der Tat. Das haben wir her. Oh shit. Hier liegen Münzen. Ja. Wer hatte das auf die Taste gelegt? Oh mein Gott. Was denn was? Die Grenade kann man doch nicht umbelegen scheinbar, ne? Also ich hab die zumindest nicht im Menü gefunden. Magical Muggins. Werfen heißt es. Einfach nur werfen. Moment mal, ich gucke gerade nochmal ganz kurz. Und sie muss ja auch ganz, also entschuldigt, aber ich muss das, ne, ne. Stopp. Ein Kanzchen. Das könnt ihr gerne machen. Piu. Oh oh. So. Was denn? Hup. Oh. Guck mal, ich hab was gemacht. Blut. Ja, dann macht mal. So, ich glaub da sind manchmal diese Steine auch drin. Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Geld. Ach so, das ist jetzt wieder sowas, das gilt nicht für jeden, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Was? Echtes Was? Denk? So, jetzt abmarsch, meine Waffe türztet nach Blut. Der Quatsch uns halt die ganze Zeit zu, ne? Also der Erzähler, nicht der Alex. Nefarious Necromancy. What horrific, Hocus Pocus summons these cadaverous creations back to load some life. Leichenschreck. Er steht extra auf. Er steht extra auf, oder er steht extra auf. Und dann gestanden war der ja drin. Oh. Eie. Oh, da ist was blaues. Was ist denn das? Oh, hi. Seelen oder so. Ist das hier denn Dark Souls? Schauen wir mal, irgendwo finden wir vielleicht auch ein Lagerfeuer? Oder ein Kätzchen. I need to reload. Scho. Miau. Miau, da ist was zum Aufheben. Glaube ich hab er irgendeinen Krank aufgehoben. Ach, ich glaube dieses Amulett füllte sich durch die Seelen. Da ist der Kassel. Ja. Also durch diese blauen Dinger. Müsste man irgendwie auch mal hier im Boni, oder? Müsste man ja irgendwie mal. Was ist das? Treasurer? Trapped behind iron bars? Surely are we here. Hey. Ich wollte mal gucken, ob ich die Tür aufkriege. Aber nee, geht nicht auf. So nicht. Da ist ein Tisch mit drin. Hallo. Das sieht ziemlich interessant. Was denn? Da, an der Tür. An der Tür, ja. Ähm, ich würde mich da mal umgucken wollen hier gerade. Was ist denn hier noch? Oh, was ist das? Öffnen. Ah ja, da waren nur Schädel drin. Das ist im Aufheberharten Rätsel entdeckt. Blades of Glory, I can think of a few good uses for these Razors. Huch, was ist das denn? Autsch. Hä, Winde und, was ist denn hier los? Also, ganz nach alter Zombie-Manier ist ein Headshot gleich One-Hit. So, tolla, so muss es sein. Ähm, bevor ihr jetzt da weiterlauft, da haben wir immer noch das Ding zum Aktivieren, ne? Was ich meine. Oh, oh. Ah, ich komme mal zurück. Da ist auch noch irgendwas. Was ist denn das? Munition. Ah, hier kann man noch mal Waffen wechseln, wer Lust hat. Könnte ich auch mal was nehmen. Oh, da ist die Schwüterwaffe schon. Ja, ich bin jetzt mal zufrieden mit meiner Waffe, behaupte ich. Da ist auch noch mit mir. Oh, da sind noch eine ganze Menge Wege. Wow. Ja, ich würde mal sagen, das Rätsel wurde durchs Töden gelöst, oder wie? Ich habe was angeklickt. Achso. Schade, wäre auch schlecht gewesen. Entschuldigung. Ähm. Wo ist denn hier eigentlich noch Action? Bin ich hier? So, ich habe jetzt mal diese Tür hier geöffnet. Glaube ich. Ich komme auch zurück. Oh, oh. Ich habe was getriggert. Oh, oh. Ich habe Ärger getriggert. Let's hope some swift gunplay could cut them down to size. Finsterer Stecher. Krabbelt ins Kampfgeschehen. Hier, die direkt den Kameramann angegriffen hatten. Angriff. Hat das schon? Wir haben da noch gar nicht alle. Oh. So, das wollen wir in Amulett. Hat irgendwas Gutes gemacht, scheinbar. Also, ich glaube, die Goldmünzen werden geteilt. Oder nicht, ja. Das sieht jedenfalls so aus. Also, ich sammle selbst aktiv gerade nicht hier ein, aber ich kriege immer was draufgerechnet. Da war doch was. Oh. Gehst du weg da? Das ist ja ekelig. Ich mache hier mal ein Kamerjäger oder was? Oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Kluge Charaktere. Oh Gott. Die können ja sogar eigenständig Treppen gehen. Oh. Und sich wegrollen. Ich glaube, ich bin total ver... Ach, du Heilige. Oh, ich habe gerade auf die kleine Knarre umgeschaltet, weil ich doch keinen Mund mehr hatte. Hier habe ich noch was. Was? Wo ist er denn da hochgekommen? Wie komme ich denn da hoch? Oh, oh. Also, wenn du Ärger willst, dann komme ich einfach hier hoch. Ich habe da schon ein bisschen was weggemacht. Okay. Kim, was machst du denn da hinten? Ich suche Schätze. Ah ja. Guck mal mit rein hier. Du hast das auf den Spaß schon da. Ich habe belegen. Ich schieße auf mich. Oh, verdammt. Oh, ich bin so. Äh, ja, ja, ja. Moment, man kann doch uns wiederbeleben. Moment, bitte, bitte. Kann ich raten. Ach, wir müssen dich, glaube ich, aus dem Sarkophag raus... Bist du irgendwo drin jetzt, Alex? Ja, 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 ja. Ich bin irgendwo drin. Da müssen wir dich rausholen. Ich habe eigentlich auch angezogen. Oh, das ist aber auch eine fiese Falle hier. Ich habe einen Kalender, das ist da. Also, falls irgendjemand... Ich sehe das am Symbol hier. Hilfe. Da steht Samoffel und Hilfe. Samoffel ist unsingelt. Ja, wir lassen den da. Oh, ich habe keine Granate mehr. Ey, ich habe versehentlich eine Falle ausgelöst. Ich kann doch auch nichts davon machen. Ach, da ist er. Die war wirklich fies. Retten. Tachchen, hier bin ich wieder. Ich habe ein bisschen Viecher um mich rum, deswegen ist es schwierig. Äh, ich würde ja... Wie komme ich denn zu dir hoch? Dann komme ich mal zu dir hoch, aber... Wo ist denn jetzt diese Silfe? Das habe ich doch gerade noch gesehen. Ja, ich habe ihn schon befreit, ja. Achso, hast du schon, okay. Ja, er stand plötzlich vor mir. Ha, hier ist wieder Muni. Wie kann man sich denn Lebensenergie wieder auffüllen? Ja, ich weiß gar nicht. Durch Tränke, genau. Es gab Tränke. Durch Tränke zum Beispiel. Ich habe einen gerade gesehen und einen aufgesammelt hier. Ja, einen hatte ich zwischendurch mal aufgesammelt. Munition. Was ist denn, du da? Oh, oh. Da unten geht es ab. Äh. Ah, hier geht noch nichts. Was muss man denn da machen? Ah. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwas... Ich habe da einen Lift hierher gefahren. Ich ärgere die mal von hier oben. Was ist das? Ah, so eine Kiste aufmachen kostet... Oh, 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 oh. Oh, was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Oh, ich bin verliebt. Oh, ich bin immer auf. Hä, was hast du denn für eine gekriegt? Äh, so eine... Ach, du hast wieder eine... Ah, du hast wieder eine andere. Ich habe eine Sniper bekommen. Oh, nice. Aber ich habe irgendwie nur 83 Schuss und dann nicht mehr. Ja, ich glaube, die ist nur... Tempo-Wer. Tempo-Wer? Ihr Säcke. Ein Tempo-Gewehr. Nee, äh, oder so. Ein Tempo-Gewehr. Verstehe ich. Finde ich gut. Aktiviere mich, stehe da. Ich aktiviere mal. Was haben wir hier dann? Ach so, da gibt es hier... Ach, da sieht man schon irgendwelche Symbole. Da passiert was. Oh, mein Amulett ist übrigens voll. Also wenn wir mal ein bisschen mehr Horde... und so haben. Ausrüsten. Was macht das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wollte ich auch gerade mal fragen. Ähm, was ist unser Plan? Finde 1, Karabäusschlüssel. Äh? Irgendwie noch haben wir es schon gefunden. Was waren da... Was waren da in deinem Raum drin, Daniel? Ihr Säcke. Das Speerheerheer ist da. Das Speerheerheer. Die Tempelwache. Aha. Also ich habe ein tolles Amulett. Ich kann demnächst mal... Ich zünde das jetzt mal. Wenn es ihm los ist, aber was... Oben. Ohohohoho. Gott, ist die Sniper geil. Ich bin verkehrt. Was ist das? Mein Gewehr aber auch gemacht. It's out of the way, but will work the effort. Dann konnte man eigentlich... ...eine Fallen aktivieren. Keine Ahnung. Dann aufschießen. Ja. Okay. Gibt es den doch irgendwo aus? Ja, hier gibt es noch was. Jede Menge. Ich habe nur noch 18 und so viele Schuss. 16. Oh, du Arme. 11. Ich weiß nicht, lohnt sich das jetzt hier auch nicht mit dem Amulett. Ja, ich habe versehentlich gehört. Ohoho. Uah. Wo, wer? Ah. Ahaha. 1, 2. Da kommt noch einer. Die ziehen ja unfair. Ah, da oben ist ein Speer-Beer-Fair. Speer-Beer-Fair? Speer-Beer-Fair. Ah, irgendwie ist das Spiel mir jetzt schon sympathisch. Finde ich gut. Aber es geht sehr schnell, ne? Es kommt hier eins nach dem anderen. Das rumgeballert ist wirklich angenehm. Huch! Da grabbelt mich einer an. Hallo? Das darfst du nicht hier. Oh, was ist da denn? Check. Oh-oh. Amulette benutzen? Ich weiß nicht. Er ist schon unbedürftig und wartet. Ups. Äh, weiß jemand die Standardtaste, um einen Trank zu trinken, theoretisch? Fünf. Fünf. Fünf? Tatsächlich. Toll. Toll. Ja. Meinst du, ich sag das nur so, oder was? Oh shit, Granade geworfen. So, ähm, wir müssten hier mal Amulett benutzen. Wo seid ihr denn? Ich hab eins. Ey, hab grad kurz zu tun. Ach so, das ist das, wo wir uns alle zusammenstellen müssen. Moment. Moment. Wo seid ihr denn schon wieder? Das finde ich nicht. Was ist denn da hinten noch? Man verstreut sich immer so, ne? Ja. Gerade eben war hier noch ein Skorpion. Achtung. Ja, den hab ich dir weggemacht. Ah, danke schön. Ich wollte mal gucken, was hier irgendwie so ist, weil ich glaube, da war noch keiner. Uah. Ich glaub, die Granaten laden sich wieder auf. Hab ich so das Gefühl. Ach doch, das sieht man ja sogar bei der Waffe, ne? Hm. Die haben so, ich glaub, 30 Sekunden. Öffne mich. Eine Kiste. Wow, 1000. Wie soll ich das machen? Ich hab keine 1000. Äh, ich hab nicht. Du hast 1000? Ich hab 1400, ja. What? Wo hast du die ganze Kohle her? Ja, ich mach Gegner kaputt. Ich auch. Ich mach mehr kaputt. Ja, scheinbar ja. Oh mein Gott. Daniel? Krass. Ich hab Flampe. Ah, wieso wusste ich, dass genau das jetzt kommt? Ich hab'n Flammenwerfer. Ist aber auch ein Gegner. Ich brauch Gegner. Wo sind Gegner? Oh mein Gott. Wollen wir hier mal weitermachen hier an der Stelle bei uns? Brennt! Brennt! Ja, da geht's doch noch weiter. Aua, bin tot. Ne, fast. Oh Gott. Das sieht gut. Da auch noch. Hast du dich selber verbrannt? Ich hab' mit dem Feuer gespielt, ja. Ja, das ist nicht gut. Also hier geht's noch weiter, ne? Wo denn? Da, äh, ja. Da, wo Daniel und ich sind und oben links. Oh, okay. Brenne! Brenne! Ah, ja. Wo hast du denn her? Wollen wir mal, ob ich da nicht auch... Der war in der Zauberkiste drin. Was ist denn hier? Oh, hat ein Skorpion! Hier entstehen immer mal noch kleine Gegner, ne? Ähm, welche Taste aktiviert man seinen komischen Spell, den man da hat? Eee. Das würde ich jetzt nicht machen, oder ihr seid grad bei vielen Gegnern, dann nehmt sich's. Jaja, ich holte nur mal Fragen, so Profesorisch. Hier sind grad ein paar Gegner, so ist er noch. Profesorisch. Eee! Profesorisch. Ha 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 ha! Hm. Muni, Fjom ist gut jetzt, Fjom. Nein, meine Waffe ist alle. Nicht der Flammenwerfer. Nein! Doch, mein Flammi ist weg! Oh, ho, ho! Ich will noch einen. Oh, hei! Ich will zwei! In jeder Hand eine! Ja! Ach, ihr seid hier hoch, ihr in die Höhle seid hier rein, ne? Was ist denn da? Was ist denn da? Aus eins, aktiemann. Was ist denn da? Schieß auf mich. Die richtige Reihenfolge, alles klar. Okay, dann kannst du nur die sein. Moment. Äh, hallo? Ich hab ne Katze gehört. Oh nein, drei Fehlversuchen, das war's, oder was? Ach, kacke. Oba, hast du gut gemacht, Alex, ja? Ja, du hast es ja viel besser gemacht. Ja, ich hab einfach gar nicht geschossen. Ah, da ist die Reihenfolge, da steht die Reihenfolge, ich kotze. Okay, weiß man fürs nächste Mal. Kissi! Loot, loot! So. Hier geht's nicht weiter, wir müssen diesen Stein hier aktivieren. Ah, da ist noch ein Kätzchen. Den blauen? Ja. Okay. Kätzchen! Ich möchte nicht auf Katze schießen, aber sie geben Loot. Wo seid ihr denn alle? Ach, da. Okay, ich komme. Ja, dann können wir eine erst mal dahinter zu dem anderen Eck da, oder? Was ist da oben? Nichts mehr. Schade. Tut mir leid. Ach so, wir sind jetzt schon wieder da. Das ist da? Ach so. Muni! Hast du noch irgendeine Muni-Song? Ah ja, Muni auf, wenn wir auch mal nicht schlecht. Ey, ich mach... Ich mach Kame, Kame, H. Äh, warte, 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 warte. Stopp, stopp. Und es ist verdammt laut. Kame, Kame, Habe! Bei der Nile! Welcher paranormale Padlock von unseren Heroern hat sich hier aufgetreten? Das ist ziemlich das schreckliche Entwicklung. Der lag gerade noch nicht da. Definitiv nicht, richtig. Ha, guck dir den Schurken an. Der ist aber noch gut in Form. Je nachdem, wie viel der Jahrhunderte hat er da schon Licht. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt beschießen sollen oder füttern. Ich will jetzt endlich mal die Hühnchen machen hier. Oh, fully charged. Fantastisch. Galt aber, glaube ich, nur für die kleineren Gegner. Oh, die haben ja Rüstung, ne? Ah, wieder Wackler. Was? Was? Ohohoho! Ups, was war das denn? Oh, das war mein Eis. Irgendwas. Aber das ist nie. Ein Eis anwürdig. Aua. Nun ganz viel Gegner. Aber das dauert einen Moment mit der Granate. Aber richtig lange. Das kam mir am Anfang schneller vor. So. Stopp, ohne. Huch, von hinten kommen die auch. Nein. Die sind überall. Au. Au. Hey, 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 hey. Ah, ha, ha, ha. Oh. Ich erzucke, ne? Munition. Oh, mein Abonett ist schon fast wieder voll. Aber Gegner sind auch weg, so sieht es aus. Ich weiß nicht, wie es noch weg ist. Cool. Dafür ist das also. Der angeflogen. One piece of unearthly evil destroyed. Oh, destroyed. Oh, das ist immer gesagt. Kaputt gemacht. Oh, ich erzähle das immer voll. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Mach's useless. Schadet nicht. Schadet nicht. So, links oder rechts? Oder ist es egal? Ich würde mal links anfangen. Fangen wir mit dem Uhrzeigersinn an, wa? Was jetzt? Ich glaube, wir kommen an der gleichen Stelle raus. Aber springen kann man nicht, ne? Mir geht echt nicht, dass ich springen kannste. Huch. Oh. Hopla. Das ist ja wie ein Tower Defense hier. Ja, ja, ein Tower Offense. Das sind die Türme, die sich bewegen. Tower Offense. Stimmt. Nee, jetzt habe ich meine Granate da schon reingefahren lassen. Das ist ja cool, wenn ich das Zeug vereise. Dann stirbt es mit einem Schuss. Man kann dich vereisen? Ja, ich kann dich vereisen. Nice. Oh. Oh, jetzt bin ich aber hier auch. Oh, ich habe meinen Armenglick ausgelöst aus Versehen. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Oh. Ah, eine Mission. Munition gibt es hier noch mal, falls wer braucht? Ja. Ja. Nee, ich. Ey. Hör dich auf. Oh. Achtung. Wer hat das ausgelöst? Ja, da waren drohender Button. Da habe ich mal drauf geschossen. Toll, dich dürfte man auch nicht zum Präsidenten machen. Oh, was gibt es da? Muss auslösen. Natürlich. Was? Lass seine Feinde mit dem Zorn in Flammen aufgehen? Nee. Ach so, da kann ich mich upgraden, aber geht nicht, weil ich kein Material dafür habe. Oder wie? Oder was? Oder wo? Wer, wie, was? Der, die, das. Wer nicht fragt, bleibt um. Ich habe irgendwas aktiviert. Tut mir leid. Huch, da kommt Gegners. Halt den Weg! Hupfer. Ich glaube, wir müssen da, oder können da so ein Boot genommen. Ja, da muss irgendwo der Code stehen. Irgendwo ist der Code versteckt. So war es beim letzten Mal. Den habe ich nur zu spät gesehen. Okay, dann sucht wir mal. Irgendwas habe ich aktiviert. Truhe öffnen. 500. Warum? Ach so. Oh, jetzt habe ich den Flammenwerfer. Hat schon jemand Symbole gefunden? Es gibt doch wieder keine. Was ist das denn? Hm, aber nur das Schlüssel wieder, okay. Ne, also ich habe noch keine gefunden. Nope. Ich auch nicht. Die two, leider die. Ich höre hier. Oh. Stirb durch Feuer. Hier? Da ist ja auch nochmal so eine Tür. Da ist ja auch nochmal irgendwas hinter. Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Was ist denn da los? Was ist deren Problem? Hey, warum brennt's hier? Komm mal aus. Das Schöne, das ist der Flammenwerfer. Oh, willst du schon leer? Wie? Das war's? Wie hier? Das ist mal zum Spektrum. Das ist mal. Na, ihr seht. Das ist ja... Also ich finde keine Symbole. Oh! Hier waren nur Schädel drin. Das ist ein Trank. Ja. Oh, siehst du? Trank. Gutes Stichwort. Kluck, kluck, kluck. Habe ich auch mal einen genommen. Also ich würde mich auch mal für einen Trank anmelden. Ich habe nämlich irgendwie so gefühlt null Hitpoints. Ich hatte vorhin einen eingesammelt. Also meinen habe ich jetzt hier gerade niemanden weggenommen. Man kann ihn auch fallen lassen, ja? Wenn einer einen übrig hat. Kann man fallen lassen, dann kann jemand anders den aufsammeln. Wie viel lasse ich den denn fallen? Mit Trank fallen lassen. Frag mich nicht. Es gibt eine Tatsche dafür. Ich kann sie dir nicht sagen. Ja, aber Symbole ist nicht irgendwie, ne? Ne. Also geht es denn generell weiter? Ja, hier wollen wir ein Skarabäern-Skelett-Schlüssel finden. Ein Skarabäers-Schlüssel, genau. Aber das wollen wir doch noch gar nicht. Also gut, wir können mal... Wir wollen noch Symbole finden. Okay, dann finden wir jetzt Symbole. Also einmal habe ich schon genietet. Aber das oberste ist richtig. Der erste ist ganz oben. Ja, aber dann kannst du es dir auch raten. Weil dann ist es ja nichts mehr schwer. Nein, 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 nein. Der letzte Code war 7-8-stellig. Das heißt, die wiederholen sich. Aha. Hä? Sind wir jetzt bei dieser Tür mit den drei Symbolen, ja? Ja. Es gibt zwei Türen mit drei Symbolen. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Ne, hier war ja... Mit einem Tragkanz... Weiß man ja nicht. Vielleicht sind die hier ja versteckt, die Codes. Was ist da denn? Achso, da kommt man nur wieder hier hin. Joa. Es sieht jetzt aber irgendwie nicht so aus, wenn man hier großartig noch einen anderen Weg hätte, oder? Ne. Und ihr kauft euch da die ganze Zeit den Flammenwerfer, ja? Wir haben ihn nochmal ausprobiert. Bei mir kommt der Twin-Shooter. Was ist denn ein Twin-Shooter? Yes, huzzah! Well spotted! Hä? Werden da was in Säckchen schon ausgerüstet? Aha. Ich glaube, ich habe das gemacht, was schon da war. Oh, oh, oh. Das ist der Twin-Shooter. Alarm! 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 Aua! Das ist geil, wenn die hinter mir herkommt. Der ist schnell, der Twin-Shooter. Geht weg! Wo habt ihr die denn jetzt wieder alle hergetriggert? Ich glaube, das war ich aus Versehen. Tut mir leid. Weil du da alle Knöpfe gerucht hast. Ja, so kennt man mich. Memo! Deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund von Don't Touch Anything. Ja, genau. Du gehst mit gutem Beispiel voran, ja? Aber was hast du denn da angeschossen? Äh... Das da. Ah, okay. Wir brauchen mehr von diesen gelben Dingern. Die leuchten, alles klar. Ach so. Die kann man anschießen. Das müssen wir mal wissen, dass hier noch irgendwelche gelben Sachen hier rum leuchten. Ich hatte auch noch ein blaues gesehen. Das ist da rechts. Hier. Okay, dann sind die wohl jetzt blau. Aber was macht die denn? Geht jetzt noch was? Oh, da fliegt es rum. Ich glaube, das hat jetzt das zweite Schloss aktiviert. Das zeigt uns einen Weg, ne? Oder? Da kommt es angeflogen. Warte. Ja, genau. Offen. Oh, ist offen. Okay. Na, schön, dass ich Leute dabei habe, die denken können. Das ist das. Gut gefunden, Brigade. Wow, leuchtet das schön. Ah, und da ist der Code. Ah. Wie, wo ist der Code? Über der Tür. Okay, ich gehe mal raus und... Nein, über der Tür. Da ist ein Trank, oder? Oder ist das ein Trank? Wie war der Code nochmal? Oh ja, den Code nämlich. Der sitzende Mensch. Ja. Dann der Hase. Ja. Und dann viermal der sitzende Mensch. Okay, Habs. Da hätten wir ja ewig suchen können, nach dem. Der Kelle der Hase. Nach dem Code, ne? Hätten wir ewig suchen können. Das ist korrekt. Ach was. Da wären wir schon drauf gekommen, ja. Hätte ich einmal mit Dauerfeuer mal drauf geschossen. Ja, vor allem, weil wir nur drei Versuche haben. Für alle, ja. Wenn jemand was einsammelt. Ansonsten könnten wir uns durchaus mal überlegen, ob irgendwann mal jemand einen Vortritt bekommt. Ich sag's nur. Bitte was? Was kriegt ihr da einzeln? Na, ihr rennt hier immer rein zum Einsammeln. Wir könnten ja auch mal überlegen, wer wann was einsammelt. Keine Ahnung. Ah, so, ja. Das können wir gerne machen. Das sag ich nur, weil ich eh immer der Letzte bin, der irgendwo ankommt. Den Skrappee ist schlafen. Hat den jemand so verliebt? Oh ja, warte. Entschuldigung, den hab ich. Ups. Ja, ja. Hm. Okay. Oh, dear. Truly, a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's paid the ultimate price it would seem. Wow. Hallo, Veronica. Zu Tode genagelt. Oh, nein. 43 in meinem Tum. Hier ist ein Trank, Alex. Ja, ich hab schon einen gefunden. Könnt ihr jetzt wieder haben. Hier gibt's ein Rätsel. Wer braucht denn Trank? Sonst, sonst nehm ich den. Nimm du ihn ruhig. Ich hab noch einen. Ich brauch ihn auch nicht, aber einer muss ihn ja nehmen. Ich trau mich nicht auf diese Steinchen hier rauf. Ja, ich such grad das Symbol hier. Was ist das hier? Wartet mal. Jehova. Okay, jetzt das Symbol. Ähm. Was ist das hier? Jetzt das Skarabeos. Ach, da. Oh, shit. Geht das? Darf ich wieder drüber? Ja, okay. Oh, Skarabeos. Hey, was macht? Ich... Okay, mach dir mal. Ja, ich... Mir ist es... Achso, da. Jetzt ist es dieser komische Hund. Ja, ich arbeite schon dran. Ich arbeite schon dran. Äh... Jetzt sind wir komplett außen rum. What? Siehst du was anderes als ich? Äh, wie komm ich denn da rüber? Nee, ist falsch. Scheiße. Achso, da. Ja, stimmt. Dann davor, dann diesen Kugelspielkreis. Kann man vielleicht auch so zu lösen. Und das war's. Hä, was habt ihr denn da gemacht? Das Tor ist open. Ja, das geht's nicht löst. Alles ist über diese Bodenplatten gelaufen. Ach, und die da über deinem Tor hier stehen oder was? Ja, das hat vorher geleuchtet. Achso. Dann geht die Tür hier auf. Was war denn hier drin? Ach, hier ist wieder leer gelootet. Naja, klar. Ja, wir lösen die Rätsel und die anderen nehmen den Loot. Ich durfte ja auch nicht lösen. Ich stand ja nur daneben. Das nächste Rätsel ist dein. Die Kammer der Königin. Kann man da nicht mal einen Moment warten? Ich hab die letzte Katze abgeschossen. Oh, Entschuldigung. Mano. Dann mach die Tür auf. Oh, da ist das schon auch nicht mehr. Wieso nicht? Mach doch die Tür auf. Äh, Truhe. Also wenn sie keine will, dann nehme ich sie. Ja, das war klar. Oh, Daniel. Echt jetzt. Was denn? Ich hab schon seit einer halben Stunde keine... Keine... Ja, ich auch nicht. Ja, irgendeiner hat hier. Na, ich nicht. So, was machen wir jetzt mit dem Boss hier? Keine Ahnung. Töten. Boss? Ich glaub, da war jetzt der Boss. Und wenn wir jetzt herunter springen, haben wir verloren. Haben wir verloren, wir kämpfen das mal. Wenn dann. Dann sind wir in einer Arena, aus der wir nicht mehr rauskommen. Ich hab noch 41 Twinshooter. Hier ist noch ein Trank. Braucht ja immer noch keiner. Hier hinten ist auch noch einer. Also ich hab jetzt auch noch mal einen auf Reserve. Den werden wir gleich brauchen, wahrscheinlich. Ja. Ah ja. Oh my. Looks like the local wildlife found Harbin long before the brigade. How gruesome. Oh oh. Oh oh. This can't be good. Da kommt was raus. Na, ich glaub, da hat sich mit dem Toilettenpapier ein bisschen vertan. Alles Corona-Vorräte, die mussten weg. What long forgotten evil have our heroes stumbled upon here? Then, will they even find out? Or will this terrifying tomb's residence prove to be too much for? The strange brigade. Wie klischeehaft. Um dich einzuführen. Aber ist schon cool gemacht, ne? Das war der erste ägyptische Superheld. Bandagen-Man. Hup. Der ist schon down. Au. Au. Ne, der ist schon gut. Mit dem los. So die go. Das war ganz bisschen komisch. Oh, wo kommt hier denn alle her? Der ist mein Twin-Schuster hier nicht verspenden. Wo ist denn? Da ist er doch. Oh. Oh, weg hier. Okay, ich mach erst mal ein Hühnchen. So. Da. Na ja, gut. Der Twin-Schuster ist weg. Hup. Au. Oh, ja, doch sehr viel langsamer jetzt. Oh. Na, dir mal Bock auf Eis? Ja, Erdbeere bitte. Ich kann auch keine bestimmten Geschmacksrichtungen machen, aber ich kann Eis machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Keine Erdbeere, kein Eis. Haben Sie das Fazit? Das ist auch, Lüter. Was redet ihr denn hier? Na ja, Eis. Wir reden über die wichtigen Dinge im Leben. Ah. Hup. Äh. Eine Armlänge Abstand halten, bitte. Aua. Hat er mich gerade so gezogen. Was ist das denn? Ich hol mal einen Moni. Ich hab einen Moni. Oder? Mit dem Moni? Ja. Demoni. Demonen-Moni. Wo ist denn der? Ist der noch irgendwo hier? Achso. Schmerzweck. Eine einfache Aufgabe, um Harbin zu finden, herausfindet ein mittenes Horror aus den älteren Zeiten. Okay, das war erstaunlich wenig Boss, ne? Wie das war's? Schau, wie viel herzweifelt unsere Heroes hier haben liberiert. Ah, ja, guck mal, der Olli mit seinem Gold. Ach, Mäuse, Mäuse, Mäuse. Wir haben ein Relikt nicht gefunden. Das ist ja doof. Müssen wir gleich nochmal auf den Frauen anfangen. Goldene Katze gab's auch, oder war das für alle sechs Katzen? Ja, die goldene Katze haben wir mitgenommen. Ein Relikt haben wir nicht gefunden und zwei Krüge nicht. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn ein Relikt? Welche Relikte? Ich seh nur die Krüge, zwei von vier. Seh ich noch. Und dann diese, achso, da gefundene Relikte. Vielleicht hatte ich das schon. Zwei von vier? Zwei von vier Krüge seh ich. Ich hab ein von vier. Ist das vielleicht für jeden? Was habt ihr denn, Jungs? Zwei. Alex? Jedenfalls. Aber dafür hab ich eine goldene Katze. Ja, ich auch. Alex, dann, hey, Alex. Vielleicht ist es so ein Reichweiten-Ding, wenn man nicht in der Nähe ist, dass es nicht zählt. Also, Kim, dann spielst du den Level jetzt noch mal, bis du zwei Krüge hast. Wir warten so lange. Okay. Ich will keine zwei Krüge noch sammeln. Wollen wir ins Hauptmenü? Ja, hätte ich schon gesagt. Ich hätte gesagt, wir verabschieden uns erst mal, weil das war ja eine Mission. Ja, und somit machen wir beim nächsten Mal wieder weiter in derselben Konstellation. Und deswegen sagen wir jetzt alle mal schönartig Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.